Also bei mir ist es zumindest so, man lobt nie so stark, wie man verreist. Also es ist nie so, dieses herausragende Lob, das es vielleicht manchmal auch geben sollte, ist aber immer irgendwie verhalten. Einen Patzer rauszunehmen und pass pro trotto zu sagen, jetzt beweise ich es euch, indem ich euch das mal auftrösele, was da schief geht. Die Risse sind einfach dankbarer. Nicht mehr ganz taufrisch, aber immer wieder schön. Dampf-Nudel-Blues von Ed Herzog. Wie kann man so eine tolle Kritik über diesen blöden Film schreiben? Wenn man verreist, dann verreist man richtig. Das Gelungene zu analysieren ist, glaube ich, nicht ganz so leicht, wie das Gescheitere zu analysieren. Eigentlich würde ich gerne die Filme lieber loben. Natürlich gibt es auch da die Gefahr, dass Leute, die anderer Meinung sind, einen dann als Lohnschreiber, als PR-Tröte des Verleihs abtonen. Wir haben auch Publikum, die kommen, mit der ausgeschnittenen Filmkritik aus der Tageszeitung ins Kino, wo ich mich manchmal schon gefragt habe, was machen die damit. Wahrscheinlich haken sie ab, ob sie das gleiche seien, wie der Kritiker gesagt hat. Bloß Unvermögen, da hat man eher ein bisschen Mitleid. Aber wenn es jetzt auch noch richtig bösartig ist, dann ist für mich Filmkritik Rache. Lob ist schwerer als Tadel. Das Belohnschreiber ist säger Vielen Dank.